Hallo, ich bin Michael Friedrich, Führungs- und Vertriebstrainer aus Aachen und ich informiere Sie in meinem heutigen kurzen Video, wie das optimale Angebot für B2B-Kunden aufgebaut ist bzw. welche Aspekte zu beachten sind. Schriftliche Angebote im Business-to-Business-Bereich umfassen oft viele Seiten. Sie sind darüber hinaus selten lesefreundlich gestaltet. Die vielen Details und endlosen Zahlenkolonnen führen dann dazu, dass der Leser, die Leserin, das Wesentliche und den eigentlichen USP, also die Alleinstellung ihres Angebotes, mühsam selbst herausfinden muss. Eine übersichtliche Kurzfassung, die aus Kundensicht die wesentlichen Merkmale nutzenorientiert zusammenfasst, erleichtert die Entscheidungsfindung potenzieller Kunden sehr. Zu den wesentlichen Elementen einer optimal gestalteten Zusammenfassung oder Summary zählen folgende Gesichtspunkte. Das Dokument startet mit der Schilderung der Ausgangs- und Problemlage des Kunden. Daran schließt sich eine Beschreibung ihrer bzw. seiner konkreten Bedürfnisse und Ziele an. Durch diese knapp und übersichtlich gehaltenen Textpassagen sieht der Kunde die Kundin auf einen Blick, ob sie die individuelle Situation in der ersten Informations- und Beratungsphase richtig verstanden haben. Zudem sichert diese Passage den Anbietenden dagegen ab, am Bedarf des Kunden vorbeizuplanen. Die Vorwegnahme des zu erwartenden Ergebnisses spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Eine Beschreibung, wie sich die Situation ihres Kunden durch ihr Produkt oder ihre Dienstleistung positiv verändert, macht ihm ihr deutlich, welchen Nutzen er aus der vorgeschlagenen Lösung zieht. Hier helfen konkrete Zahlen, die den Verbesserungsgrad, die Zeit oder die Kostenersparnis messbar aufzeigen. Zum Beispiel, der Einsatz dieser Software spart Ihnen pro Buchungslauf drei Arbeitstage und reduziert Ihre Kosten für den externen Personaleinsatz um 15 Prozent. Nun folgt eine konkrete, kurz zusammengefasste Beschreibung der Lösung und des Ablaufs. Eine einfache und verständliche Sprache erleichtert es dabei, den oft nicht fachkundigen Entscheidern im Management sehr das Wesentliche schnell zu erfassen. Die Beschreibung der Lösung sollte stets den Kundenfokus im Auge behalten und einem logischen Schema folgen. Der Baustein A löst das Problem B und schafft den Nutzen C. Am Ende eines Angebots steht immer eine wärmende Schlussformel, die die Freude auf die künftige vertrauensvolle Zusammenarbeit betont. Im Hauptteil des Angebots werden im Anschluss daran alle Bestandteile detailliert aufgelistet. Dieser Teil soll vor allem auch die Fachexperten des Kunden überzeugen, die vom Management vor einer endgültigen Entscheidung zu Rate gezogen werden. Dennoch ist es auch hier wichtig, sich genau zu überlegen, welche technischen Daten und Zusagen genannt werden. Es sollten nur Leistungen versprochen werden, die auch garantiert erfüll- und umsetzbar sind. In Zweifelsfällen kann man einzelne Risiken ebenfalls konkret benennen, um sich gegen spätere Streitigkeiten zu wappnen. Jedes Angebot sollte am Ende noch einmal auf Rechtschreibfehler geprüft werden. Ganz unangenehm ist es beispielsweise, wenn durch ein Copy and Paste aus vorherigen Angeboten die Namen anderer Kunden versehentlich im Dokument stehen bleiben. Deshalb ist eine gründliche Kontrolle eines Angebots Pflicht, bevor es an den Interessenten, die Interessentin verschickt wird. Ich wünsche Ihnen weiter viel Erfolg bei der Erstellung und Formulierung Ihrer Angebote und natürlich entsprechende Aufträge. Herzliche Grüße, Ihr Michael Friedrich.